Die digitale Transformation der deutschen Verwaltung kann nur gelingen, wenn wir über Ressortgrenzen und Verwaltungsebenen hinweg auf neue Art und Weise zusammenarbeiten. Du musstest für deinen Tee Wasser aufheizen. Das Gute daran ist, dass ich vom selben Aufheizprozess mit profitieren kann. Das Prinzip der Nachnutzung kommt speziell im Digitalisierungsprogramm Föderal zum Einsatz. Dank dieses Prinzips müssen die nachnutzenden Länder und Kommunen nur ein Bruchteil der OZG-Leistungen selbst digitalisieren. Damit alle an einem Strang ziehen können, ist eine funktionierende Koordinierung von zentraler Bedeutung. Clara ist mit ihrem Hund Henry in die Stadt Tilling gezogen. Dort möchte sie ihn beim Bürgeramt anmelden. Clara gibt ihre Anmeldedaten ein und sie müssen nur noch bestätigen. Wir sprechen hier also von einer durchgängig digitalisierten Prozesslandschaft der öffentlichen Verwaltung. Ein Ziel, das in den nächsten Jahren noch eine große Herausforderung sein wird. Also wenn das vor meinem ersten Dienstjubiläum passiert, spendiere ich eine Kiste Champagner. Aber einen richtig guten. Dann solltest du schon mal anfangen zu sparen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020